wir begeben uns jetzt zum start des höllenflugs und absolvieren den so und hier explodiert schon wieder was das ist ja in der hölle normal jetzt laufen wir mal ein bisschen so ja das kennen wir ja schon und los geht's ja da habe ich schon etwas übersehen aber das macht nichts das schaffe ich schon irgendwie immer die grünen kugeln sammeln dann wird man schneller und dann schafft man das auch und wir haben gold geschafft aktivität abgeschlossen hellenflug geschafft und wir sind level 6 so ich würde sagen wir verbessern uns mal arcane menü mit dem super sprint vielleicht sprint effizient sprint eile ja das können wir uns leisten und noch eins können wir sprint wand lauf sprünge an die seite eines gebäudes und halte l1 gedrückt um die wand hoch zu laufen ein muss für jeden saint mit super kräften das hört sich doch gut an an die wand laufen so wir haben 19 upgrades gesundheit kauf ich mal wir haben jetzt genug angesammelt und gesundheit upgrade kostet auch nur 2000 sehr gut widerstand gegen feuer schaden nahe kam ja können wir uns auch leisten waffen jede menge zeug zum verbessern bonus ep ja das hört sich doch gut an bonus lohnbonus sehr nice so und wir begeben uns jetzt zum start des überlebens da kommt schon wieder die rakete angeflogen soll ich schon jetzt den quark wieder aus dann lasst sie mal kommen sehr nahe ist kommen wie es quark euch schaß hier der stampfer welle 2 sollten wir schaffen heiß heiß so noch neun stück dann haben wir will jetzt zwei geschafft noch fünf schnell energie einsammeln und wir haben welle 3 so hier so reifen heiß 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 so ich lasse es frösche regnen so 80 von 100 kettel sprengst kettel aber das kriegen wir auch noch hin noch ab so jetzt werde ich mal eine andere waffe die dmp können wir jetzt noch auswählen überleben 1 von 13 geschafft so jetzt sammle ich hier noch das ganze geld ein und jetzt holen wir uns noch den panzer wagen ja okay das wollte ich jetzt nicht machen okay jetzt reicht es jetzt muss der her soo soo das sieht nicht gut aus das sieht ganz und gar nicht gut aus schnell in den panzer wagen soo und wir liefern ihn auch gleich ab ist zwar nein ist nicht weit ist direkt in der nähe perfekt perfekt soo ich markier mich mal jetzt zu ultra wieder da lang geht es ja schon wieder eine rakete sammeln die seelandschwärme ein jetzt müssen wir hier lang ok hier ist die ok hier ist statt des extraktion aber wir wollen ja noch zu ultor und ultor ist hier so jetzt aber obwohl komm ich mache jetzt diese extraktionszentrum noch zu ich auch noch